nein 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 scheiße ich hab so viele tolle Sachen mit 46 leder alter ist ja geil also ich bin was am Sammeln fuck it es ist doch genial ach nöööö habe ich meine kaputte achse noch hier drin jawoll ich muss versuchen auch morgen schutz ich gehe voll nach hinten los und was grünlich ist noch da ich gehe gut ich hoffe diesmal guck mich an so scheiße weit alter das gefällt gar nicht kann man nicht mal eine brücke bauen oder sowas wenn du dir ganz viele foundations kannst du theoretisch schon das meine braune ist ja aber wir brauchen nach komm mal rüber da drüben gibt es ja ja aber wenn du an den strand kommt das ist schon rechts also zwei dinos also die könnte man eigentlich platt machen ja moment ich komm was war von unheimlich weiß ich drehe mich um und sehe direkt wie der rat seinen maul aufmacht moment ich will erst das leder ablegen sonst haben wir gleich problem ja ja lass das zeug da bloß ist was hat denn grund warum das ding da lag also das leder in der truhe das soll es auch bleiben ja denkst du man stirbt wenn brontosaurus auf weit drauf tritt ne tut man nicht der tritt neben dich schade wäre schon irgendwie cool ja was brauche ich für die axt ähm ja flint ich habe gar nichts mehr ich habe eine kaputte axt drin liegen hilft aber auch repariert äh letztes Mal repariert ja durchaus aber ich brauche ein flint ich schwimme gerade rüber ja ich sehe gerade nichts da ist die grüne ja ich habe es gleich geschafft ja geht mir auch so boah wer der jetzt nicht für mein level ist ey ohne mist nein nein wie nein was für level bist du äh 7 man das für level 15 äh hey das ist gut boah toll ich habe ein level ab fick dich fick dich hoffen morgen scheiße war also auch wir sind zwei Parasaurus Uhr ne doch nicht das 40 und level 48 äh wir müssen noch n triceratops level 9 den kann ein paar platt machen ich weiß noch als ich baue uns erstmal ein bett bist du wieder drüben oder wie ne ich bin gerade aufgestiegen ich habe auch noch mehr viel bis zum aufsteigen alter 80 thatch 40 fälle ja gut es lohnt sich aber auch ja 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 ich habe gerade auch noch ein bisschen Holz Mensch ganz ehrlich hier drüben ist eigentlich auch ganz schön ja das wäre schon eine geile Sache da eine Brücke rüber zu bauen ich glaube ich das war irgendwie mal als Ziel wie stelle ich jetzt innerhalb von ein paar minuten ungefähr sechs level viele viele dinos töten die gamer meist du bist auf der seite vom haus kille nein nein ich reite gerade eine schildkröte warte mal die habe ich eben gesehen ich bin direkt beim grünen strahl ich bin der strahl ah da hinten ok ich lauf mal da hin ich seh dich also ich kann dir sagen eine schildkröte zu töten ist schwer na rum könnte man machen wollen wir die du hast doch gar nichts mehr an richtig ich habe weder was an noch irgendwas irgendwelche Waffen ja ich brauche Wasser also ich werde dafür bauen da eine Brücke rüber ja ja klar mach mal das äh ich brauche Fetch alles andere ist mehr West aus Fetch wie viel Holz hast du ja nicht viel keine Ahnung ich habe äh eins ich habe 105 ja in der Kiste liegen auch noch 150 stücke oder sowas ja ist ich habe die 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 ja hier ist irgendwie mehr los ich bin dafür bauen uns hier eine zweite base auf ich brauche Fetscher und das ist das war erst wieder zu unserer alten Heimat zurückkehren wenn wir halt der Rest haben also die Brücke gebaut haben ach so von hier aus dann hin bauen oder wie? ja wie rum ist der Wurst ja wo bist du nur dann kannst du eigentlich gleich schon mal loslegen mit Craften ja ja ich brauche halt erst mal Thatch ohne Ende wo bist du? hier da ist ein Licht da hieß ein Licht Moment oder ist das ein Fakt? das ist ein Baum ne ist ein Baum ich baue jetzt erst mal hier ein paar Pa... ich kotze erst mal den Wald weg und baue ein Parkplatz hin was sind denn die Schildgröße am Leben? boah 84 leck mich was? die mache ich nicht blöd die Schildgröße wieso? die will nur spielen weißt du wie stark die sind? passiert boah ich brauche jetzt mal gleich ein paar Steine Steine? die kaputt machen Karl ich brauche eine Axt ah nein nicht hängen bleiben lass das bist du bei dem seiner Base? oder wo? ich seh dich nicht ich bin den Berg hoch ah siehst du doch Volker einfach den Weg also wenn du äh ja bei dem Typen mit dem Alligator und dem... ja ich seh dich ja ich seh dich Volker einfach den Weg hier hoch du willst schon sehen wo ich bin ich seh dich doch schon du Idiot einfach diese Windschneise wo einfach nix im Wald steht boah ich bin dehydriert also dabei und ich hab hunger du musst jagen tu das f*** dich ich hab vorhin... was hab ich nur? drei Fleisch so mach mal ne... mach mal ne Mountain Base ja wär auch geil wieso kann ich kein Feiern bauen? das fehlt mir Vetch 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 hab ich auch nmaß nee Flint Flint wo ist ein Stein ja oppe halt den baust du nicht ab ich brauch das selbst ein also jawoll Flint mit dem letzten Schlachtraum gekriegt bevor sie kaputt ging das heißt ich kann mein Zeug erstmal reparieren ich hab wieder ne Axt jetzt gehts los UGA 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 hey nicht mehr fliegen steig auf ich bin grad ist aufgestrichen das Auto bei mir noch ein bisschen ne das geht eigentlich relativ schnell gleich wenn du craftest dir die ganzen Sachen dann gehts schnell ja ja so ich mach hier oben mal ein Feuer hin ja hier oben ist es gut für uns warte lass mich da erstmal ne Foundation hin bauen UGA fliegen fliegen scheiße ich hab kein Speer Alter die sind Level 30 ich guck mal ob ich ein Speer bauen kann was wo kommt die denn noch leer da mein Speer ist kaputt ist da noch einer äh ja eine soll noch fliegen aber ich rotze sie jetzt kaputt ohne hinter dir ja ich seh sie boah alter ist sie stark Anjas warst du da hast mir voll angegeben jetzt und ich bin aufgestiegen alter die waldfee ich weiß immer nicht wofür die Blueprints sind ich weiß nicht wie man sie nutzt will das ist ja eigentlich nur ein Bauplan richtig also jetzt glaub ich wenn du das vorher nicht erlernt hast also wenn du den Speer nicht erlernt hast dass du das dann nehmen kannst direkt ich glaub ich sollte auch mal das äh Band lernen oder was meinst du das Band ich weiß nicht mehr was ich hier noch das Band ich weiß nicht mehr was ich hier lernen soll noch Spark Powder könnte ich dann hab ich immer noch 5 Punkte keine Ahnung wie hat schon gesagt alles was irgendwie nicht mit der Wohnung zu tun hat was ich lerne weil ich kümmere mich um die Wände und Deko und so was Aua Hallo Aua Hilfe ich wurde grad übelst vergiftet Aua leck mich doch auf Alter ich bin gleich tot Aua lass das ich bin tot ein er hat ich boah leck mich doch am Arsch ey was das für ne Mist fliege scheiße was denn du musst einfach nur wieder herkommen westzone 1 ne ja westzone 1 und spawnst du da beim Strand und musst einfach nur nach links laufen wo ist sie halt da willst du mich jetzt hart am Arsch lecken oder was ich bin gespawt du krieg jetzt mal voller in die Fresse von dem Raptor scheiße ich bin blind und es leckt grad wie die Hölle ja aber direkt vor mir ist was weises nein ich bin auch gestorben was ne ich bin bewusstlos und was ist jetzt ach ich bin hier ok 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 ich glaub du musst mich füttern oder so ich dich? ja ich bin bewusstlos hast du narkoberries gefressen nein das Viech hat mich vergiftet und auf einmal bin ich umgefallen ach so ja 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 ich lebe da scheiße wo bist du denn? ey immer noch da oben ich finde dich im Leben nicht mehr ey immer noch da oben auf dem Berg auf welchem Berg? das ist denn da wo du gestorben bist was ist da in der Nähe? ne ja was sind denn in der Nähe? ey da unten von dem Lager wo wir eben waren da strack hoch ja aber so aus der Ferne was siehst du grad? was irgendwie bei dir in der Nähe ist ich sehe einen weißen Strahl der in der Nähe von unserem Haus ist äh guck mal kurz auf den weißen guck mal kurz auf den weißen Strahl ja oder? oder?